Hallo Leute, hier bin ich mal wieder mit einem neuen, ja, Let's Play ist es dieses Mal nicht und auch keine Let's Show, sondern ein Let's Fail. Und zwar nicht zu Minecraft und auch nicht zu GTA, sondern zu einem Spiel, was ich noch nicht auf meinem Kanal erwähnt habe. Und zwar Happy Wheels. Ja, und ich will gar nicht so lange rumquatschen wie bei den anderen Zeug, ich starte einfach mal. Play now. So, währenddessen hier die Seite aufbaut, also während das Spiel lädt, erkläre ich noch ein bisschen. Also ich habe mir das so vorgestellt. Oh, das ist vielleicht ein bisschen laut. Und Moment, ich glaube, ich mache mal, ich weiß gar nicht, ob das so geht, den Sound ein bisschen leiser. Wo haben wir es denn? So, 10 wird reichen. Play. Und ja, ähm, also ich habe die ganzen Level noch nicht gespielt. Ich spiele sonst immer hier diese Levels, bei Bros Levels. Äh, ich gehe jetzt aber einfach mal auf Play. Und ich würde sagen, ich spiele 5 von diesen, äh, Leveln. Und ja, wenn ich 3 mal sterbe, kommt ein neues Level dran. Also, ähm, es soll nicht zu lange dauern. Und jetzt würde ich sagen, beginne ich mit The Combine und sage Play now. So, gesteuert wird, wie man, Moment, oh, ja, okay. Das war jetzt halt gerade ein Fail. Der erste Fail. Gesteuert wird, wie man hier unten sieht, äh, mit diesen Tasten, also Falltasten, vorwärts, rückwärts, links, rechts. Links, äh, Space ist Main Action, also die Haupt-Action, nein, Aktion. Und sowas halt. Aufs Z kann man auch aussteigen. Das finde ich da dran ganz gut. Und, ähm, ja, auf Shift und Steuerung ist dann halt irgendwas anderes. So, und jetzt sage ich mal Restart-Level. Und jetzt muss ich sofort losfahren, sonst werde ich nämlich ein wenig, ja, gedingstet. Dude, dude, geht weg. Nein. So, und da sind wir dann halt so, Hilfe. Und ich möchte da, nein, das möchte ich doch gar nicht. Also, ich würde sagen, wir waren nicht schnell genug und irgendwie, ja, Moment, ähm. Okay, Restart-Level. Nein, jetzt nicht rückwärts fahren. Okay, ich mache, lustig, der Kopf. Naja, ich mache gleich nochmal Restart. Das war jetzt nämlich gerade ein Fail. Also, einmal bin ich schon gestorben. So, geht weg, please. Na los. Uiuiui. Ich weiß auch nicht, ob man das überhaupt schaffen kann oder so. Aber ich denke ja mal schon. Und das sieht ganz danach aus. Oho. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Na los. Kommt schon, ja. Genau. Die einmal schnell umgerammelt. So, Victory. Wir haben es in 22,03 Sekunden geschafft. Also würde ich sagen, ein Level haben wir hinter uns. Und dann, ja, suche ich mal eins raus, was ganz gut klingt. Und zwar sage ich jetzt einfach mal Pokémon Training. Ach, und hier können wir jetzt unseren Charakter selecten. Und da haben wir zum einen diesen Opa. Und Penner, oder wie man ihn nennen möchte. Einen komischen Fuzzi. So, ich bin schon wieder da. Ich habe gerade nur mal hier diese ganzen Sachen laden lassen. Weil das immer ein bisschen länger dauert mit dem Laden. Und zwar haben wir hier einen Penner. Einen, ja, mit diesem, ich weiß gar nicht, wie man so Dinger nennt. Ein Zweirad, sage ich jetzt einfach mal. Auch ein Zweirad, also ein Fahrrad mit Kind. Also mit einem Vater und einem Kind. Diese fette Oma, die wir schon, ich weiß gar nicht, ob wir die schon gesehen haben. Ne, gar nicht, haben wir gar nicht. Das war hier der Penner, den wir gesehen haben. Aber die fette Oma, die sieht man auch manchmal. So, dann ein Pärchen. Ein, ja, Rasentraktor. Ein Mindcard. Ein Weihnachtsmann. Und ein jumpender Fuzzi da. So, ich würde sagen, wir nehmen erstmal hier den Opa. Und jetzt haben wir hier auch Main Action und sowas alles. Und dann können wir nämlich hier, wenn wir Main Action machen. Jehu. Und können dann auch das alles umdrehen und so. Also da bei unserem Rad, was man da sieht. So. Thunderbolt. Ja, das habe ich jetzt. Upsala. Das muss ich jetzt mal sagen, das habe ich schon mal noch, äh, schon einmal gespielt. Also da habe ich mal kurz reingeguckt. Weil ich das, na, komm schon. Oh, oh. Äh, super. Ich glaube, wir können nicht mehr fahren. Okay, ähm, da habe ich schon mal reingeguckt, weil, ja. Ich halt nicht sofort sterben wollte. Und das hier war jetzt gerade das erste Mal, dass wir gestorben sind. Na, komm schon. Müssen wir den erst umfahren oder so. Na, nicht so. Na, nein. So. Sonst wären wir nämlich hier von so einem, äh, ja, Dingensbummens. Von so einem Blitz getroffen worden, sage ich jetzt einfach mal. So, da lüchte schon das Blut runter und dann... Nein, ich will doch nicht die ganzen Sachen in die Fresse kriegen. Autsch. Und ja. Dann fahren wir einfach mal... Jingle Puff. Ups. Weiß irgendwer, wie das ausgesprochen wird? Sind das echte Pokémons? Naja, egal. Also weg da mal. Oh, nein. What the fuck? Was geht denn mit dem? Aua. Oh. Dann ist ja ganz gut, dass wir schnell weg sind. Und ich glaube, unsere Beine hat es weggefetzt. Autsch. Nein. Autsch. Nein. Autsch. Nein. Ach, unser Bein haben wir verloren. Okay. Dann hängt uns das wenigstens nicht im Gesicht rum. So, rein da, bitteschön. Na. Jetzt. Hier. Ach, komm schon. Oh. Ich will doch nicht da hoch... Oh. Hä? Moment. Was? Nochmal. Also lesen, bitteschön. Hallo? Äh. Too old. Do not want... Äh. Ausrufezeichen. Okay, also wir sind zu alt, haben wir ja nochmal, äh, Final Shoulder und da geben wir nochmal Gas. Autsch. Ja, okay. Oh. Jetzt haben wir auch noch... Was ist das? Ah, nein, nein, nein. Geh weg. Hilfe. Nein. Das will ich nicht. Oh mein Gott. Was war das? Aha. Okay. Jetzt sind wenigstens unsere Beine weg. Okay, äh, to catch them is my real test. Okay. Also ich lese das jetzt mal alles nicht vor. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Sogar mit diesem Rollstuhl. Opa, ich dachte eigentlich, dass wir dafür was anderes brauchen. Aber egal. Naja, das ging jetzt irgendwie so da im Hintergrund. Sieht man diese fette Oma. So, mal gucken. Car Thief. North Pole Rush. String hört sich doch gut an. So, was nehmen wir denn da? Da nehmen wir, glaube ich, mal einen anderen. Und zwar nehmen wir da... Ne, nicht den, sondern den mit dem Mine Card. Mal gucken, was sind hier die Main Actions. Äh, was war denn das? Da war doch gerade ein String. Wahrscheinlich ist das jetzt... So, na. Aha. Ah, schön. Oh. Autsch. Nein. Oh, boing. So, ich will da durch. Hä, schon wieder Hilfe. Einschneiden. Oh, geil. Also der String will uns anscheinend helfen. You love me? No. Question. Das muss man irgendwie nicht verstehen. Oh. Autsch. Aua. Nein. Nicht mal. Ähm. Autschie. Okay, so sollte man das also nicht machen. Und ich würde sagen, dann challengen wir doch mal den Charakter. Und zwar nehmen wir jetzt den Fuzzi hier. Der steht dann wenigstens immer aufrecht. No. So. Stopp. Halt. Ah, okay. Da kommen wieder diese Strings. Also, ich glaube wirklich, die Strings wollen uns helfen. Und so, wie man hier sieht. Und ich will da wieder durch. Mal gucken, ob der uns auch wehtut. Nein, der tut uns nicht weh. Dankeschön, String. So, voll vor die Wand. Autschi. You love me? No. Okay. Lassen wir uns bitte durch. An manchen Stellen ist das ja schon ein little bit langweilig. Und jetzt eben gerade hat der Pfeil hier in diese Richtung gezeigt. Ich gucke mal, in welche. Ja. Okay. Ah, wir sollten, glaube ich, in diese Richtung gehen. Sonst hätten wir das wahrscheinlich nicht überlebt. Autsch. Ah, unsere Beine. Nein. Und jetzt? Minecraft. Yay. Okay. Äh, das ist very komisch. Und... Was ist jetzt? Oh, wie süß. Ka-Ciao. Hey. Freedom. Victory. Ja, das... Haben wir jetzt auch geschafft. Okay. Das war jetzt, glaube ich, das dritte Level. Und dann nehmen wir doch mal den BMX-Park. Oh, das sieht schon mal viel... Oh, Hilfe. Das sieht schon mal vielversprechend aus. Duptiduptidu. Und... Hüpf. Und... Hoffentlich fällt unser Baby nicht raus. Ich denke nämlich... Ah, aua. Unser Arm. Was soll denn das? Äh, okay. Nägel. Äh, ouchi. Hallo? Hilfe? Oh, okay. Das zähle ich jetzt erst... Äh, würde ich sagen, nicht als Victory. Weil wir ziemlich stark verletzt wurden. Und ich denke nicht, dass da noch irgendwer mit weitergefahren wäre. Deswegen mache ich das jetzt einfach nochmal. Nicht nur, weil ich das so geil fand. Sondern auch, ja... Weil das komisch war. Ich hoffe mal. Ja. Uiuiui. Okay, das war jetzt auch kein Victory. Okay, Restart. Und... Und... Hüpf. So. Ähm, ja. Das war jetzt irgendwie... Au, Hilfe. Das war jetzt knapp. Ähm... Ne, das war eben gerade irgendwie beides so ein bisschen komisch. Genau. Okay. Ich glaube, ich sollte das doch lieber als Victory zählen. Sonst kommen wir hier nämlich nicht mehr durch. So, machen wir hier mal ein paar Tricks. Wow. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das schaffe. Und... Ja. Ja.